Genau hier hat damals alles angefangen. Zu Weihnachten habe ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen, um meiner Familie zeigen zu können, was ich bis dahin alles gelernt habe. Ich hätte aber niemals damit gerechnet, dass so viele Millionen Menschen meine Videos sehen und kommentieren. Aber genau durch diese hatte ich nun die Chance, in einem TV-Spot mitzuspielen und genau das zu tun, was ich liebe, nämlich das Tanzen. In unserem Spot geht es um eine ganz einfache Idee, nämlich zu zeigen, dass man ganz entspannt Geld verdienen kann, wo andere es ausgeht. Wie zum Beispiel hier in dem Einkaufscenter, wo man als Investor in dieses Center Geld verdienen kann, da durch andere es ausgeht. Just a Motion zu finden war wirklich eine schwere Aufgabe, muss ich sagen. Über, ich glaube, fünf Wochen insgesamt haben wir versucht, ihn irgendwie zu erreichen, angeschrieben, verzweifelt versucht, irgendwelche Kontakte noch ausfindig zu machen und schon fast aufgegeben hat dann die letzte Chance dann doch noch gefruchtet. Was passiert mit Menschen, die konfrontiert werden mit so einem Tänzer? Was passiert mit denen, wenn Sven auf einmal auf die Zutanz vor dem tanzt? Und er hat ja was total Ansteckendes dieser Tanz, was Elektrisierendes und das hat tatsächlich auch beim Dreh funktioniert. Und er hat ja was, Das war's, das ist ein Drehschluss. Das war's, das ist ein Drehschluss. Bis zum nächsten Mal.